Hier ist es stark am leuchten. Ich glaube, da ist ein PC-Dorf. Und da ist es zwei große Lava-Quellen. Ja, kann man auch so brauchen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sollte ich noch mal zu dir kommen? Ja, kannst du machen. Oh, Hasi. Aber verlaufe ich nicht. Nein, hatte ich nicht vor. Oh Gott, ich bin hier gerade belagert. Perfekt. Wie bist denn du? Quer durch den Dschungel und rum. Ja, ist sauber. Dann finde ich dich auf jeden Fall. Ja, ich schaue mal, dass ich wieder zurückkomme. Nee, nee. Ja, nee, hier, Blatt, Blatt. Blatt vom Baum hat mich gestört. Hier sind überall Schweine in den Büschen. Hallo, Blatt. Hier ist ja vorne nicht so viel Viecher. Hm, die habe ich gerade am Hals. Sag mal Koordinaten. Ähm, 7900. Äh, 799. Und minus 900. Minus 900. Okay, dann laufe ich schon mal in die richtige Richtung. Na? Na? Boah, die Kaninchen dropen aber überhaupt nichts, ne? Bitte? Hier, die Kaninchen, die dropen so gut wie gar nichts. Ja, das ist sehr selten. Ja, ich weiß mal schon, ob ich gerade eine Hasenpfote für dich kriege. Hm. Von wegen. Ich brauche keine Hasenpfote. Auch. Brauche ich mal was zu essen. Ja, dann komm zu mir. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Ja, dann mach doch voran. Ja, ich bin da... Oh, Mann, eh. Boah. Wie schlimm war so meine Freundin hier. Dankeschön. Bitte. Kompliment für dich, oder was? Oh, danke. Alter, wie bist denn du hier durchgelaufen? Wie gesagt, durch quällischen Dschungel und rundherum. Ah, Creeper. So. Das wäre echt mal toll, wenn wir hier auch Melonen finden könnte. Ja, ich habe leider nichts gesehen. Nein. Ja, da muss ich... Muss ich mal... Muss ich mich mal schlau lesen. Uah, Skelett. Äh. Also... Mittlerweile bin ich bei 8100 und minus 1000. Bitte was? Bin ich mittlerweile bei 8100 und... äh, minus 1000. Minus 1000, okay. Okay. Dann bleib doch mal bitte wo du bist, weil ich bin gleich bei dir. Jot. Hoffe ich. Na? Pilze! Ja, sauber. Ja, habe ich ja auch noch ein paar gehabt. Habe ich ja im Leser am Kreis Häuschen von... äh, Kreis Gebet von gemacht. Bist du schon wieder im Plain Biom oder was? Äh, quasi. Hier ist so ein ganz kleiner Teil. Ja, sehe ich es gerade. Du, 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 du. Also, ich bin... Bin ich jetzt... Bei... 789 minus 930. Ja, ich bin bei wie gesagt 8090 und minus 1000. Hä? Ich bin eben noch ein bisschen weitergegangen. Oh, ich habe doch gesagt Bleib stehen! Ja, dann... Nöööö. Jetzt bin ich schon wieder im Meser! Achso, da drüben, ah guck mal! Ich mach das richtig offensichtlich für dich! Minus, achso, halt hier. 8000 und dann... Was machst du denn jetzt? Ich? Ja. Ach, hast du mein Häuschen gesehen? Ne. Oh. Ey, Alter, was hier Creeper rumlaufen! Mhm. Das ist richtig lustig grad. Ah! Alter! Scheiße, dass die grün sind! Jetzt gehen wir ja nicht drauf. Ich glaub, du hast keine Lust auf ein weiteres Schild in deiner Ruhmes Halle, ne? Nö, nö, nö. Das passiert mir auch nicht mehr so schnell. Sag mal, wo bist denn du? Ich glaub, mehr offensichtlich... Ja, noch offensichtlich kann ich's heute nicht machen. Warte mal, minus... Ne, plus 8000, ne? 8100, 76, minus 1.000. Ah, minus 1.000, wie ich das erste Mal... Alter, ich um Koordinaten, ne? Mhm, ich merk's. Oh, minus 1.000 bin ich jetzt und dann... Da oben. Bist du in der Nähe von Birken? Äh, quasi, da ist... Hier ist Dschungel, da sind so ein paar Birken... Oh, fortgeschrittenes Handwerk. Ja, klar. Ich bin doch ein Profi. Mhm. Ja, danke. Glaubst du's auch selbst? Ah, nicht wirklich. Oh, ich vergesse jetzt immer wieder, dass Zäune anders gemacht werden. Alter, Samar! Ich, ich, ich krieg's einfach nicht gebacken. Einmal mit Profis arbeiten. Ja. Ja. Ähm... So. Oh. Jetzt bin ich bei dir. Ja. Oh, guck mal hier. Ja, haben wir extra einen kleinen Außenposten gemacht. Sauber. Mhm. So. Wollen wir schlafen? Dann können wir zwei... Wie, was, hä? Ja, äh, Werkbank weg und dann aufeinander. War gut. Jetzt haben wir nur noch ein Problem. Ich hab keine Wolle mehr. Wie, keine Wolle mehr? Ja. Da drinnen waren zwar ein paar Schafe. Also... Ich kann... Ein Wolle machen. Ja, ich kann auch noch eine Wolle machen. Hm, sauber. Dann müssen wir noch ein paar... Äh... Ja, da liegt die Wolle. Ja. Äh, warte mal. Bevor ich jetzt hier gleich draufgehe. Ich hab hier noch was für dich. Dat. 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 Ne, ich bin voll. Ja, so, 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 ja. Warte, 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 warte. So. Roter Sand... Ja, hier hat ein hellgrauen, den kann ich weg. Den kann ich weg. Das brauch ich eh nicht. Dinnen und Augen. Alles einzeln. Das nehmen wir mit. Gaktus brauch ich auch nicht. Roter Sandstein kann ich mir machen. Ich hab jetzt mal Zuckerrohr brauchst du auch nicht mehr, oder? Nö, 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 hab ich auch. Äh, dat ist wieder ich dat und dat. Warum hast denn du jetzt deinen normalen Skin? Hä? Verstehe ich nicht. Du hast nicht deinen normalen Skin, du hast den Steve Skin. Oh, sehe ich auch gerade. Naja. Ich geh mal... Dankeschön für die Perle. Jojo. Ombau-Sitzlinge und Kakaobohnen. Ich versorg' jetzt mal grad ein bisschen Wolle. Wir waren ja noch... Alter! Boah, den kannst du aber auch keine zwei Sekunden alleine lassen. Was ist hier? Ach, ne Tür? Ich hab ne Tür gefunden. Ja, die hab ich eben weggeworfen. Gibt ja jetzt immer drei Türen. Ja. Boah, ich bin auch blind. Ja, toll und jetzt geht die Sonne auf. Hallo Skelett. Ja, okay, komm. Dann gehen wir wieder zurück in die Basis. Holen vielleicht noch ein bisschen... Jawohl, ne. Gehen wir zurück. Jo. Ich glaub, das reicht dann auch. Ja, ich werd wieder... Ich glaub, die Leute haben dann auch genug. Ja. Bevor die Fernsehersatzzahlungen kommen, ne? Hm... Na, bei mir ist eh nix zu holen. Gut. Bei mir aller höchstens... Einen Cent. Einen Cent. Ja, okay. Ehm... 8167 minus 617. Jo. Ich versuch's halt jetzt mal ohne Koordinaten. Ich hab dazu glaub' ich hab noch halbwegs so'n Gefühl. Bäh. Ich guck mir mal den Berg hoch. Also den Fieber hab' ich schon mal gefunden. Ja, das ist super. Ja, der ist doch schon weg. Kann's auch behalten. Ach, wenn du brauchst, hier ist noch ein bisschen Clay, seh' ich grad. Oder? Ja, hier ist Clay und Gravel. Ah, ich seh's grad, ja. Waaaaaaaaah! Verdammt. Ich hab' aber die Kante erwischt. Na. Ja, Clay kann man immer gebrauchen. Nehmen wir gar mal mit. Jo. Dö, 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 dö. Wir sind Clayfarm. Oh, warum nicht? Ja. Er ist doch für Blumentöpfe und sowas, ne? Kann man immer mal gebrauchen. Ja. Ne, das ist Gravel. Ah, aber ne, das Mesa-Biom, das ist echt top. Also mir gefällt das. Ja, das ist auf jeden Fall genug Ressourcen. Ja. Ich würd's jetzt echt mal interessieren, wo man jetzt mittlerweile die Melonen findet. Ah, weißt du was? Beschütz' dich grad. Entschau' ich mal ganz schnell nach dem Minecraft-Vicky. Okay. Das ist ja measure?